Mandatory two minutes of daily exercise begins now. According to law number 88432-337B, this is your right as a guild prisoner and your only right. A proposition to abolish law number 88432-337B is currently pending. Today is Monday. Das muss nicht zweigsläufig stimmen. Remember these words of wisdom, dreamt others as you would like to be treated yourself. Ich muss sehr begrüßen. Willkommen bei Riddick. Es geht von Putschippe. Danke. Okay, jetzt habe ich's. Ich habe zwei Minuten, um rauszufinden, wie ich hier rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Hier ist keine Tür. Also, ich warte auf den anderen Typen und dann vielleicht passiert irgendwas. Sedative administered. Ja, ja. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. Was ist denn dann? Box, bitte. Aha! Huh? Oh. Oh, come on. This trip, these visions, all a blur. I only held on to reach my destination, but one gets tired of being taken for a ride. Oh, come on. 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 Okay, jetzt ist hier grün, oder? Bedeutet, okay. Wow! Oh Gott! Okay. Durch, auf, zu, durch! Oh Gott! Oh Gott! Das funktioniert. Oder ist hier zu? Also, deshalb. Ich habe meinen Knüppel. Wir machen das schon. Okay. Wieso bist du? Das kann doch nicht sein. Ich habe mich doch nicht umgedreht gerade, oder? Was war denn das für ein Blödsinn? What? Haha! Was jetzt? Hm? 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 Unscheduled presence reported. Please investigate immediately. Woa! 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 Ich verstehe nicht, wie ich... Wie ich hier raufkomme. Mit einem Sprung, natürlich. Waffe! Okay, komm her! Shut! Wow! Mit über... Waffe gibt mir das und gibt mir das. Obwohl... Toll, ich bin ja voll. Toll, ich bin voll. Shut up! Kann mich hier nicht... Kann mich hier nicht... Okay. Ist ein bisschen überdimensioniert. Ich bin jetzt... ... ... ... ... ... ... Dumm-di-dum-di-dum. Aha! Au! 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 Was denn? Oh, Moment, ich muss nachladen. Was ist hier gedrückt? Lass mich auch drücken. Okay. Ha! Unscheduled time. Notifying system administration. Oh, ja, mach mir. Fahre in der Knast. Alright. Au! Ah! Oh, schau! Ah! Wer ist das? Warte, warte, warte. Und wieder runter. Türen sind offen zum... Und zwar kann ich jetzt... Nein? Soll ich nicht runter? Soll ich nicht runter? Ich verstehe nicht. Reddick, sag mir doch, was ich tun muss. Ich. Ist rot? Ich bin doch für jede Hilfe dankbar. Was willst du denn? Ja, ist doch offen. Also muss ich wieder runter. Das ist ja kein Quatsch. Ready. Ready. Riddler. No, was ist denn? Was? Ahem. Ah, ich hatte jetzt nicht viel Bock hier. Lass mich erst einmal hier. Das wird ein Problem. Aha. Okay. Groß und nichts dahinter, das ist gut. Oh, 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 oh. Jede Menge. Ich hoffe, ihr wacht nicht auf. Okay. Ist das für mich? Oh, Baby, was ist denn das? Wachroboter. Oh, das ist meins. Das ist genau meins. Der passt zu mir. Absolut, Baby. Oh, ja. Oh, ja. Ich muss noch wissen, wohin. Ah, Granate noch. Was ist denn? Ach. Ich bin während ich gehe. Kann ich schwer ziehen? Oh Gott. Kann ich hier weiter? Oh, ja. Ah, okay. Oh. Oh. Oh, das ist toll. Ahem. Oh. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Was? 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 Sie ist denn hier? Hey, hab ich Platzpatronen? Bittet ihr so einen los? Warte! Wer schießt hier die ganze Zeit? Die Menschen halten mehr aus als die Roboter, oder wie? Warte! Wie? Warte! Warte! Wir haben die Verkaufel, oder? Nein, das ist eine Verkaufelung. Es gibt keine Erkaufelung. Es ist ein Verkaufelung. Ich bin ein Verkaufel. Ich bin hier richtig Geht geladen, gut Mach ich Kein Problem, die machen wir im nächsten Part von Riddick Danke fürs Zusehen Tschüss